weitergeobbelt in diesem spiel des jakuza 15 wir sind wieder zurück im dezember 2010 und majima taiga meint dass er für zwei jahre in den knast gehen möchte ein oder zwei jahre die ereignisse vom verandachtspiel mit kiyo gerade haben alle im dezember 2012 stattgefunden ist damit angeendet dass das majima tot war ich nehme an wir sind gleich wieder taiga nur mit weniger frisur und auf der mühe rauszukriegen warum majima tot kann man hier mit denen noch sprechen ein weiteres jahr ist vorbei was waren die großen großen geschichten dieses jahr mag tun lasst mich übersehen ich dachte ich denke dass mit geld aus dem millennium turm runter gesiegelte war das größte war der größte titel das war der tag an dem wir unser erstes date hat nicht wahr es war fast als hätten die götter uns ein zeichen gesendet so romantisch nicht wahr sicherlich dich dabei zuzuschauen wie du herumgesprungen bist und 10.000 yenschein eingesackt hast wie ein tier hat mir auf jeden fall einen eindruck hinterlassen wie ein tier tja die japaner haben glaube ich übrigens auch eine gar nicht so geringes schuldenproblem na also guten abend stimmt datis hängt ja hier rum oh sei jima komm doch rein bitte fühl dich wie zu hause viel weiß ich das so schätzen mama also das werden dich heute abholen ja wer hätte gesagt dass das dass das ausbrechen aus eines der sichersten gefängnisse in okinawa ach so nachdem du aus dem sichersten gefängnis in okinawa ausgebrochen wirst du deine zeit in abaschiri absitzen wirst von einem ender von japans zum anderen wie in so einer art magie trick also ich nehme an abaschiri ist dann wahrscheinlich irgendwo im hohen norden auf ist die nördlichste insel jetzt habe ich den namen schon vergessen ach man wie hieß sie denn ich weiß über diese insel auch nichts außer dass es da dass es da schnee gibt da eine hitman mission spielt und dass die nordkoreaner da gelegentlich japaner entführen um sie als japanisch lehrer anzuhören für ihre spione tolle funfacts oder hokkaido heißt die insel aber das ist abaschiri bestimmt noch einen höher oder ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn du dich gut anstellst wird es wie lange bis wann draußen zwei jahre so habe ich das verstanden in der zwischenzeit haben wir den toshukla und die omi allianz sich gegenseitig im pad äh solange sie gleich ungefähr gleich stark in der macht sind ist die ist die jakuza weltordnung gewahrt aber wenn irgendwas jemals die die wagen in die eine oder andere richtung tippt dann ist sein krieg die geringste unserer sorgen ich äh es würde es würde eine öffnung für andere ausländische mafias äh bieten und die diese gelegenheit nutzen würden um nicht zu sagen jede jede kleine straßengang äh die sich nicht um die antiakuse gesetze kümmern muss das äh selbst das das ist warum selbst wir cops wollen dass der toshuklan zurück sein zu seinen vorherigen höhen ist ironisch oder ich dachte er ist jetzt reporter habe ich vergessen ich weiß nicht ergibt ziemlich viel sinn für mich stand statt den teufel zu haben den du kennst möchtest du nicht über den du nicht kennst speziell wenn du diesen teufel an der leine hast tja zu schade dass der toshuklan viel größere probleme hat als einen mangel an guten schlägern dass äh die ganze führungsriege ist mehr oder weniger ausgeweitet und dass alles was uns noch übrig bleibt das sind einige sind einige alte geschäftsmöller die nur eine sache wissen wie man es macht und zwar geld die die zahlen sehen ganz gut auf der oberfläche aus aber diese nummern überdecken nur die 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 risse dies überall findet die sich finden die sich eines tages auf jeden fall zeigen werden schau dir dieses das ab dieses kleine abklopfen mit dem one of the cyber clan an ein kleinerer das ist jetzt klein zu bezeichnen wäre schon ein kompliment aber sie haben es immer noch waren immer noch in der lage den toshuklan ziemlich weit runter zu bringen nicht nur das einer ihrer was einige entfernten untergruppen erscheint sich vom clan abzuwenden die der toshuklan ist kaum mehr als ein rest seiner selbst ich weiß das ist warum ich jetzt hinter gitter gehe ein eine läuterung durchs feuer einer die dich als als kapitän dem toshuklan zurücklässt weil sobald draußen bist ist das so die regel dass du einmal im knast gewesen sein muss um kapitän zu werden oder was ist das oder ist das ist das so eine krude regel muss jemand umgebracht haben um im knast zu gehen als allererstes werde ich mich werde ich werde ich reue zeigen dass das am wichtigsten und intelligent es gibt ziemlich viele alte toshuk-typen die ziemlich sauer auf dich sind wie du einfach so zum clan zurückgekehrt bist aber das wird ja hier deinen wert beweisen halte dich davon ab dass sich deine eigenen klaren bitte abstechen ich wette du wirst dich nach den tagen sehen wo die cops die alt das einzige waren um das du dir sorgen machen musstest hast du richtig verstanden sieht so aus als wären unsere alten freunde diesmal diesmal wirklich weg heißt es ist nur noch du und majima die das diesen ganzen clan tragen müssen seit daigos säulen immer noch zwei jahre sind ziemlich lange zeit was immer du tust da drin sorgen nicht dafür dass du das noch mehr zeit drauf kriegst du bist das ist schon ziemlich riskant so wie es jetzt macht ja das ist natürlich klar ich denke ich war schon zu lange hier ich lasse euch liebes törtelchen mal kurz alleine hey komm schon wir sind doch sehr froh dich hier zu haben ja das war überhaupt kein problem dass du hier warst du wirst so aus das ist das ist durch jetzt das muss ich nur noch sicherstellen dass ich bereit bin und kann ich zum 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 schlagzentrum laufen so gibt es jetzt nebenkürsten diesem spiel es gibt die kanalisation wieder das endet es damit dass das tiger jetzt echt ausbrechen muss ok also sie möchten wirklich nicht dass ich nebenkürsten diesen abschnitt mache ich kann jetzt hier so ein bisschen leveln aber wort soll's hier war doch mal eine eisbude das ist aber kein eis oder siehste war eigentlich mal ein eisladen es ist ein in ein dacco geworden man alles ist anders es ist echt ein gin laden ein dissidierter gin laden wirklich und ich glaube sieht sehr 2d aus hallo willkommen ich brauche kein essen tut mir leid das passt schon wir sehen uns bestimmt bald wieder ich glaube nicht weil die war ja nicht vor sechs monaten erst in den laden das ist der soll nicht so schnell weg sein oder oh meine güte geht doch einfach zur seite kann das sein dass die frauen nicht umwerfen kann kann ich nicht oder aber männer kann ich umwerfen oder ne auch nicht aber ich habe vorhin einen umgeworfen oder geht das nur mit manchen ach guck mal er kippt um ich kann Frauen wirklich nicht umwerfen das ist ja witzig aber Männer sind okay das ist ja mega witzig ne ich kann noch so da gegen die gehen rennen die kippen um dieses spiel ist sexistisch ich darf keine Frauen nur kippen das ist ja nervig mal guck zack die kann ich easy weg kippen ne die macht nur öh und dann war es das bomb ist das schon ein bisschen lächerlich ne ich meine der entwickler oder einer der entwickler von jakuza hat ja auch gesagt dass die komm ich da einfach so runter ne was geht tatsächlich hat auch gesagt dass kiyu niemals frauen schlägt insofern passt das schon das ist sehr konsistent so ok da war übrigens doch gerade eine nebenquest so viel dazu aber interessant gibt es noch andere nebenquest es ist doch die einzige die war so halb versteckt wer von euch hat denn bewahrten diese nebenquest für mich auf dieser ort oh nein ist das hier diese rennfahrt dinge es ist das so dass die dojo wo ich ja einmal gelehrt habe ich habe die ich habe die 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 schüler oder den dojo machen du hast da schon schon lange nicht mehr gesehen wer weiß aber nicht eine weitere chance habe zu sehen ich sollte mal vorbeischauen naja hm sudachi dojos 3 prinzipien 1 was du heute kannst besorgen das verschiebe nicht auf morgen nein ne moment was du heute kannst besorgen das mache spätestens morgen 1 was du heute kannst besorgen das mache spätestens morgen 2 wenn es wenn es heute wenn es nicht morgen gemacht werden soll dann mach es auf jeden fall übermorgen 2 wenn du es heute nicht machen kann wenn du es morgen nicht machen kannst dann mache es spätestens übermorgen 3 wenn der wenn übermorgen nicht möglich ist dann stelle sicher dass es beim Saishima san es ist lange her es ist lange her Saishima san erinnerst du dich noch es ist ich sudachi wow genau ich erinnere mich damals äh als du hier gelehrt hast das war alles das war sehr groß für uns das war war hat uns viel bedeutet ja das ähm ja das ist eine weile her sudachi du scheinst als hättest du viele schüler ja in der tat unsere äh unsere lektionen machen die jungs ziemlich hart und unsere reputation verbreitet sich langsam jeder will jetzt hier mitmachen würdest du das glauben wir fangen tatsächlich an ein bisschen geld zu machen äh es ist ich esse jetzt jede nacht jakiniku was auch immer das ist äh wirst du vielleicht auch ein bisschen gemüse essen oder schön zu hören dass es das ist das ist das jetzt ein echtes geschäft ist ja das ist äh hier wird so viel geredet wir sollten tee haben äh hast du ein bisschen zeit sicherlich ich verstehe vieles passiert oh ja in der tat die fünf studenten den du äh 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 die fünf studenten die du gelehrt hast sind jeder in ihren respektiven feld fertig geworden und sie sind immer noch in der kampfkunst aktiv schön zu hören äh dass das alles wert war ja sag mal sejima san könntest du eventuell eine lektion mit unseren neuen schülern machen was sie trainieren ja jeder äh schüler hier jeder schüler der sich mit dir geprügelt hat 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 großartige fortschritte gemacht wenn du ihre äh ihre lektionen darum und ihre passionen in den neuen studenten einschlagen könntest würde ich mir sicher bin ich mir sicher würde es ihre entwicklung fördern mach das sejima bitte lehre uns nun gut alles klar nur dieses eine mal vielen vielen dank seid bereit ja sir nun sollen wir anfangen was du willst auch kämpfen natürlich musst du auch als beispiel dienen du solltest wissen ich habe auch einige vortrag gemacht unterschätzt mich nicht nun das werden wir sehen ich freue mich darauf halt dich nicht zurück sicherlich äh ihr könnt alle gleichzeitig mich angreifen alles klar kommt schon krieger wir zeigen diesen typen was wir haben ja ja sir oh oh threatening man diese pose wow das war grad der meister der ist tot da steht keiner mehr auf ah du bleibst weiter in der meister sejima san du hast nichts von deiner stärke verloren ähm naja mein messer ist ein bisschen stumpf aber ich halte den rost davon fern also hast du was gelernt ja vielen dank für die lektion gut äh schön zu hören naja ich muss los bereits jetzt schon ich hatte gehofft du könntest länger bleiben ich habe grad nicht viel zeit mach doch keine sorgen äh habt einen schönen tag ja du auch äh du kannst jederzeit hier vorbeikommen die äh die äh die äh wären froh denn dich zu sehen vielleicht könntest du sogar trainieren nein 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 darauf kannst du nicht weiter erzählen ich weiß noch nicht mal wann ich hier wieder hier sein kann oh du gehst aber weg das könnte man so sagen äh sorge dafür dass das dojo nicht untergeht während ich weg bin natürlich äh wir haben äh wir sind voll darauf drauf dass das dojo und und uns selber besser zu machen bum 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 sag ich schon mal sagen wir werden uns noch eines tages wiedersehen oder ja bitte äh versuche dein bestes zurück zu kommen ich könnte dir vielleicht nächstes mal sogar eine herausforderung bieten in sich selbst hier fehlt so ein bisschen Musik um uns zu untermauern das dojo scheint ziemlich gut klar zu kommen alles sollte nur gut sein ähm ich weiß nicht wenn ich jetzt nicht mal hier sein werde zu dachi aber halt diesen Platz einfach am laufen yay einfach guter soloops so hab ich noch mehr nehmen fest oder war es das jetzt einfach äh ja den können wir ja weiter leveln äh mehr lebenspunkte das kann ich auch nicht mehr da dann hab ich noch einen dann hab ich noch tiger charge jetzt sind wir mal an level 4 nachdem ich mir so viel müde gegen Kiyo hochzuleveln also da guck ich mal in die ganze Situation wo ich da jetzt rauskomme dass da auch noch was schönes gibt oder ob das für den Anfang einfach völlig egal ist mit Kiyo hat ziemlich deutlich ein neues Spiel angefangen also da war der hat tatsächlich ziemlich viel von der alten Welt hinter sich gelassen ne wohingegen der gute kann man hier angeln oder was wohingegen der gute tiger quasi nochmal wirklich die Reminiscenz macht von allem was war ne hm das ist ja gut auch zu fischen vielleicht sollte ich hier mal meinen Angel reinwerfen auf keinen Fall Hauptsache wir angeln im Abwasser das ist eine stellare Idee lass uns das machen nicht so Purgatory Underground naja gut da wär ich wahrscheinlich auch durch den Park hingekommen oder hier kann man auch angeln? oh kann man jetzt direkt hier in die Arena gehen? naja äh wer sind die hier? das ist der gleiche Typ wie auf dem rechten Bild Underground Arena Top Wanker äh ich glaub trotzdem nicht werdet ihr sind da kann ich hier rein oder ist das grad zu? kann ich echt jetzt in die Arena prügeln? jetzt schon? Kolosseum anscheinend kann ich das? sorry das ist das äh kommen wir ein andermal wieder die Arena ist gerade nicht bereit für Aktion na gut dann ist die Arena wohl nicht bereit für Aktion gut das wär auch jetzt sehr überraschend gewesen wenn ich mich jetzt hier warum ist hier dieses Licht im Hintergrund? na egal wenn jetzt die Arena jetzt irgendwie offen gewesen wäre hier schon mal wie Arena Champion werden könnte da sind Zeiten guck jetzt hier eigentlich rein guck mal jetzt mal auch rein oder die ist glaub ich einfach nur Spielhalle ne? oh er hat Geschenke hier kannst du deine Chips gegen Preise machen okay du kannst dir äh okay hier kannst du quasi die Platten eintauschen sie geben dir nicht mehr direkt Geld warum sitzen jetzt hier erstmal die Leute in den Winterjacken obwohl eigentlich nur die Frauen aber warum sitzen hier eigentlich überhaupt mit Frauen? weil das draußen sah irgendwie sehr aus wie ein besserer Puff ne? mit äh den einzigen Frauen sind die die hier arbeiten weil ansonsten vermisse ich hier irgendwie die Callboys weil die sitzen nur in diesen komischen Giescherartigen Dingsbums ich weiß nicht so richtig was das eigentlich darstellen soll na egal sei es drum laufen wir hier nochmal raus oder muss ich tatsächlich durch die Tunnel laufen? ich muss tatsächlich durch die Tunnel laufen ne? ah das ist ja ärgerlich also siehst du da hinten verspringt sogar die Illusion weil du siehst da wo der Tunnel weiter geht ich hätte nicht gedacht dass sie das hier richtig abgesperrt haben weil das ist doch bestimmt geheizt hier drin oder? wie willst du diesen Ort heizen? wenn 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 das hier so offen ist auf der anderen Seite frage ich mich außerdem wie genau sie da eigentlich das Wasser davon abhalten hier unfassbar zu stinken weil das das steht ja oder? wenn du das halt chlorst dann kriegt das die ganze Zeit nach Chlor das ist bestimmt voll die voll die Aufgabe oder? so Wasser um wie frisch riechen zu halten im Untergrund weil das mindestens was du ja machen musst du musst das ja wahrscheinlich irgendwie fließend halten dann zum Bewegungsstab sich nur schon absetzt aber selbst das dann musst du das ja wahrscheinlich irgendwie reinigen das ist bestimmt nicht so einfach ich hab mir das gar nicht vorstellen ob das schon mal wer gemacht hat? also groß vor allen Dingen kriegst du da auch Probleme mit der Luftfeuchtigkeit ne? dann kannst du vielleicht das ist vielleicht doch nicht so sehr geheizt weil dann dann wäre es bestimmt leichter wenn das noch nicht warm ist drin dann würde der übel viel Wasser verdunst nein ich weiß auch nicht wie wir das machen naja gut ähm sei es drum dann rennen wir mal zu Majima aber beim nächsten mal wenn es dann wieder heißt Jakusa5 wir sind wir sind Bis zum nächsten Mal.